Mal schauen was jetzt kommt. Ich hab keine Ahnung was es heißen soll Flinching. Ich geh mal zur Agatha. Je nachdem was jetzt hier auf uns zukommt. Wir haben hier ein Team Deathmatch. Krabbel ist wieder auf unserer Seite. Na super. Komm tötet er mich. Ich lass dich Wout kicken. So. Hey warum sind auf immer so wenig bei den Masons? Weiß ich nicht. Also Kitty Hawk ist halt wieder bei denen. Ich bin hinter dir. Versuch dir. Geh mal auf ihre Seite. Ich hab Zeug zum zünden dabei. Okay. Das heißt wenn du irgendwann mal Feuerschaden nimmst du nicht das. Ich geh grundsätzlich davon aus wenn ich Schaden nehme. dass du's bist. Na komm Kitty Hawk. Aua. Nein. Kitty Hawk hat uns beide erledigt. Und sogar noch den dritten. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihm fast in den Arsch getreten. Aber nur fast. Und dann bringt er noch euch um. Ich hab mich als erstes umgelegt. Aber auch nur weil meiner nicht zugehauen hat. Guck mal da steht ein Bogenschütze rum. Ich versteh's nicht weißt du. Ich versteh's einfach nicht. Ich hab ihm so zugesetzt. Und dennoch hat er's geschafft uns umzunuken. Und uns. Was? Was? Wirst du mich verarschen? Der Schwung kam erst auf mich zu. Und ich wurde gehettet. Direkt. Der Schlag war noch nicht bald da. Ich hätt nicht springen sollen. Aber okay. Aber man. Ich hab dich gerecht. Hoffe ich doch mal. Nein hast du nicht. Er lebt hier noch. Und er schwingt rum. Jetzt hab ich ihn. Was? Och kommt schon ey. Was soll das? Kann das sein, dass alle in der Mitte rumstehen einfach? Ich muss verdienten in die Basis rein von denen. Damit wir diese nervigen. Bogenschützen auch umhauen können. Der brüllt da unten rum ey. Weil ich ihn angezündet habe ey. Brüllt seine Leiche immer noch. Ja. Ist doch ganz gut. Da. Jetzt brenn ich sogar. Zulu. Du hast beide getötet von uns. Gell? Du hast zwei von uns getötet. Passier. Wieso wirfst du etwas brennendes Flächenschaden rein. Wenn drei Leute gegen einen Gegner kämpfen. Das war Notwehr. Wahrscheinlichkeit dass du eins von uns triffst. Ist bei fast 300 Milliarden Prozent. 300 Milliarden würde ich mir nicht sagen. Okay. 400 Milliarden. Das war Absicht. Das war alles berechnet. Das habe ich damit andeuten wollen. Genau. Burn. Verdammt. Wieso sind hier überall Masons. Okay. Ich habe irgendwo ein Agatha. Der schlägt mir nicht zu ey. Der Dude. Nein. Ich habe ihn getroffen. Ich weiß dass ich geschwungen habe. Ich weiß dass ich ihn in den Blick hatte. Und ich weiß dass ich ihn getroffen hatte. Und ich glaube dass ich ihn auch verwundet gesehen habe. Wieso war er nicht tot. Wieso war er nicht tot. Wieso war er nicht tot. Er hat links geklickt. Kaum schon zu du. Wir müssen ihn einfach mal umhauen. Jetzt habe ich ihn. Angetäuscht und umgehauen. Also wir stehen momentan ein bisschen schlechter da. Als die Masons. Ich sollte nicht sprinten. Was? Ich habe geblockt. Ich bin eines feindlichen Gebiet. Und der andere ist irgendwo anders lang. Du bist tot. Das heißt ich bin auf mich allein gestellt. Was ist denn das für ein Scheiß ey. Irgendwie kann Wasser brennen. Ist mal ganz ehrlich. Opsala. Ich habe die Quare weggetötet. Ok. Ich schau mal. Sorry. Sorry. Musste reinschlagen. Sorry. Ich sehe den Bogenschützen. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Er sieht mich auch. Ich sehe beide Bogenschützen. Oder Fernkämpfer besser gesagt. Ich glaube da einer ist. Armbrustschütze. Wie treffe ich nicht mehr unsere eigenen Leute. Aber nie gegeben haben. Normal ne. Du hast doch zwei von uns abgefackelt. Einfach. Just for fun. Weil du jemanden schreien hören wolltest. Psst. Wurde der abgeschlossen? Wieder. Geblockt aber trotzdem. Ey. Warte. Ich habe hier eine Armbrustschütze. Die einfach nur rumsteht. Der hat nachgeladen. Aber da steht nur rum. England. Schnauze voll jetzt. Es wird die Axt rausgeholt. Yay. Kitty Hawk. Warte mal. Wer hat sie getötet? Ne. England hat ihn erschossen. WTF. WTF. Oh. He is smart like my shoe. Ich hab mir den Kopf abgeschlagen ey. WTF. 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 Was. Wiss. Was. Wird ich am ehemaligen. Ich habe mich mit dem Eimmschlag getötet. Weiß du was. Ich gehe auf Bogenschütze. Die schießt du mich die ganze Zeit nur ab. Das vorsetzt ich. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin immer noch. Wir sind. Hä. Wir kämpfen nur fünf gegen fünf. Kitty Hawk hat 26 zu 9. Ich hab mal eine längere Waffe brauch ich einfach mal so. Den nehm ich jetzt mit dem dickeren Schild. Was war das jetzt? Das ist dieser Man at Arms hier. Nein, da sind welche. Ich hau ab. Da ist der Fufu wieder. Der Fufu ist eigentlich gar nicht so gut. Der einzige gut ist Kitty bei denen. Du du ich hab dich glaub ich getroffen. Ja du hast mich getroffen. Jetzt hab ich nur noch ein viertel Leben. Immer noch mehr als du begonnen hast. Und mehr als du verdienst. Ja ja ja. Ne ran. Ich brauch ne Armbrust. Fuck. Leben. Wer ist das? Ist das Kitty? Wir haben noch ein Bikini von hinten. Der hat euch beide erledigt. Mit einem Schlag wurde bemerkt. Wir beide hatten volles Life. Er hat uns beide mit einem Schlag platt gemacht. Und das mit einem einfachen Linksklick. Da kann nur irgendwas nicht hinhauen. Ich bin hinter dir. Jetzt vor dir. Ich hab mich nicht bewegen sollen. Das ist immer so. Ich wäre den kompletten Schaden ab. Oh. Und andere machen den Kill. Also funktioniert Teamwork. Ich sterb für die anderen. Ich krieg dadurch keine Punkte. Ja. Das ist Teamwork. Da haste Teamwork. Zwei Schüsse. Nein das feier ich nicht. Da steht schon wieder England rum. Hier zu du. Selbst als Bogenschütze. Sorry. Just keep you heading for Kitty. Geh weg. Nein. Schnauze voll. Du kriegst mich nicht. Wow. Gibt es überhaupt Position? Ich dachte da gibt es Position. Ich muss zum Muni. Geh jetzt die Feinde angreifen. Nicht mich. Geh weg. Geh weg. Da hinter dir ist ein Feind irgendwo. Wo? Irgendwo. Geh weg von mir. Wo sind die Feinde jetzt? Nein. Das war. Pure Absicht. Das war jetzt wirklich pure Absicht für mich. Weil ist dir klar. Dass die nur noch zwei Leute am Leben haben. Also die letzten zwei Gegner. Und du tötest mich. Jetzt haben wir auch keine Ressourcen mehr. Jeder der stirbt ist jetzt tot. Oh. Noch einen haben die dann glaube ich. Da ich den. Ja ihr verfolgt ihn ja. Oh zu Leute. Na erledigt. Das war Kitty. Oh. Gut dann war es auch mit dieser Runde. Ja. Leider nicht so gut. Da nur Kitty Hawk geruht war. Und der Rest. Naja. Und Fufu war sogar Platz zwei. Das muss ja was heißen. Und der ist grottenschlecht. Der Typ. Ey. England hat sieben Kills geschafft. Nur mit rumstehen und ähm. Nicht mal sich zu bewegen. Aber gut. Mal schauen wie die nächste Runde sein wird. Hoffentlich besser. Das hat. Das war ja. Voll mit Absicht. Das war sowas wie von Berechtigung. Dass ich dich zum Schluss noch töte. Oh. Jetzt haben wir jetzt noch mal ein Team Deathmatch. Das ist. Ja möglicherweise Team Deathmatch. Oder auch. Ach Team Standing. Ich komm nicht zu Agatha rein. Ich auch nicht. Mal zu Mason. Mal zu Mason. Mal zu Mason. Mal zu Mason. Mal wechseln. Und wir haben jetzt noch ein Team Deathmatch. Ich find's so komisch. Ich komm nie auf das Schlachtfeld rein. Wenn ich als Zuschauer bin. Man muss irgendjemand drinnen haben. Ich bin bei Agatha. Ich bin bei Mason. Team Deathmatch. Ich werde dich jagen. Unser Team tötet sich wieder sonst selber hier. Mal ne. Aua. Was soll denn das. Ich werde dich suchen. Ich werde dich finden. Ich werde dich fertig machen. Und ich werde dich Team killen. Obwohl es nicht möglich ist. Incoming. Wechseln. Unser Team tötet sich schon gegenseitig. Da brauchst du ja schon kein Team kill mehr machen. Ernst? Ja ja. Besonders die Steinschleudern. Die schießen mir die ganze Zeit in den Rücken ey. Die scheiß Steinschleudern. Wo seid ihr bitte? Der hielt niemanden. Nur einen von uns. Dann bist du auf der falschen Seite. Klar. Wieso campt ihr da hinten? Weil wir's können. Ich weiß nicht. Ob du da mitcampst überhaupt. Beim Aufzug auf eurer Seite. Naja. Es sind jetzt vier. Da lauf ich jetzt bestimmt nicht hin. Ich glaub die kommen jetzt in der Mitte. Hallo Zulu. Danke Zulu. Danke Zulu. Konnte Wornish machen. Weder links noch rechts noch. Irgendwas anderes. Machen die. Da machen wir mit. Zulu wir können uns nen Treffpunkt aussuchen. Den Raum. Der Raum. Nee. Erinnerst du dich noch daran? Der Raum. Der Raum ja. Da kannst du alleine hin. Ich bin hier. Ich schlag auf die Weinflasche ein oder auf die Flasche ein. Da kämpft ja jemand oben. Ich glaub oben kämpft jemand. Ich greif mal ein. Das war. Das war. Sehr interessant. Und er brennt sogar. Was geht hier ab? Das war grad so geil einfach. Ich lauf aus meinem Raum raus. Schau mal wo hier kämpft wird. Ich renne nach oben. Also rechts. Die Treppe hoch. Plötzlich kommt mir ne Leiche entgegen. Ohne Kopf. Und oben runtergefallen. Dann fängt die an zu brennen. Ach. Und als ich hochgekommen bin brennt alles. Keine Ahnung was da los war. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ganz genau. Kill them. Hallo Pikanir. Komm Pikanir. Wo bist du jetzt? Ich dachte du verfolgst mich. Ja. Da war ein Pikanir von euch. Ich dachte der verfolgt mich. Aber er hat es doch nicht gemacht. Oh Mist sorry Bogenschütze. War voller Absicht. Das war ein Pikaner. Oh. 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 oh man, warum rennst du mir da rein jetzt stelle what the fuck ist gerade passiert bitte wir haben zwei teamkills gemacht tk, da ist ein, der heißt tk, tk ist der schlacht beigetreten ist er ein teamkiller? bei wem ist er? der ist bei uns oh das ist den typen ey, royal oder royal oder wieder, ich habe den eindeutig mit meiner scheiß keule getroffen bevor er den schuss abgegeben hat wie schlecht war das denn jetzt bitte? Zulu was? ah das war schlecht Zulu, das war schlecht hier mein raum komm her lecker ach ja kampf in diesem raum um diesen raum mit diesem raum Ist auch schon länger her. Kwebe! Hallo Kwebe! PGH, wenn du mir einen Schlag drin läufst. Durch ein Schild durch, ey. Das war ein normaler Peak. Du, du, im Raum. Konnte ich nicht campen. Ich konnte nicht zustechen. Ich konnte nicht von oben angreifen. Schwingen konnte ich wahrscheinlich sowieso vergessen. Und Kwebe hat mich erledigt. Warte, wie heißt das auch? Kwebe, gell? Kwebe. Macht Fufu da. Glaub mir, so ne Dinge hab ich nicht gewissen. Das schmeißt mit Äxten auf unseren Spawn. Der Dude ist reingekommen, der Dude. Zulu. Zulu. Brenne. Zulu. 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 Zulu, fickt euch! Dann bin ich doch erschossen! Warum? Warum schließe ich dann nicht in die andere Richtung? Death by Proxy, ich werde dich fertig machen. Er ist auf der linken Seite. Aber ich greife mal anders an. Zulu darf es natürlich nicht mitbekommen, sonst verhindert er es. Beziehungsweise stört mich. Das hauscht mir doch Bumms, was du machst. Ich bin hier gerade beschäftigt. Ja? Lumluluuu. Ja, ich bin der Beste aus unserem Team! Kein Wunder warum wir verlieren. Oh, ihr verliert aber hart, gell. Wo sind eure Leute bitte? Zulu? Wir töten uns gegenseitig, hab ich dir schon mal gesagt. Ihr habt ein paar gefunden, ne? Ach egal, stimm mal hin. Ich schenke ihn fest. So, das hat sich erledigt mit dem Typen. Ihr habt mich gesehen. Wuhuuu! Wuhuuu! Nein! Doch! Wie viele Bogenschützen habt ihr mittlerweile? Ich zähle vier. Ihr habt alle vier Bogenschützen. Ihr könnt mich mal. Dass er mich sogar noch getroffen hat. Schöner Team, äh, killst dir, ey. Komm her. Dann noch nicht weg, Bogenschütze. Sulu, ich glaub, ich weiß, wo du bist. Deine Mutter weiß das. Nein! Du! Arschlochquäbel! Nein! Nein! Du hast so Glück gehabt, Zulu, dass dieser scheiß Linksklicker zu mir gerankam. Und dann hat er Glück gehabt, dass du da warst. Ja. Ja, elf kills. Ach, ich hab vier Sechs und ich bin bei uns Vierter oder so. Walter ist der Schlacht weggetreten. Das war doch meiner! Ja, Zulu. Ich bin höher in der Wertung als du. Und? Und so, wenn heißt das, ich bin besser als du. Er hat ihn echt noch gehetshottet. Es war klar, dass ich sterbe. Also ihr seid sowieso gleich am Arsch. Hallo, Zulu. Weißt du, wie viele Punkte du mehr hast? Nur 45. Ja, trotzdem. Es sind mehr. Macht Walter hier. Wenn man noch die Katapultschützen, die permanent unsere Leute abknallt. Ich krieg den mit. Ist es der, oder? Ich wüsste es nicht. Was machst du? Was macht ihr? Siehst du, unsere Leute schießen sich gegenseitig ab. Es ist halt so. ein wirst du mich verarschen den clicker ich habe guten ping der luce hat einen höheren ping weil ich keinen zu hohen also ich muss jetzt ein bisschen langsamer gehen wenn ich ein bisschen leise regeln rüge ja da kommt einer das loser das ist ein bogenschützer habe ich gar nicht gesehen der schneller ja er gar nicht so was nicht ja ich habe krebel weißt du ich stand einfach nur rum und habe einfach mal gewartet wer bekam auf mich zu gerannt ich habe ein overhead gemacht also maus hat nach unten wir haben richtig gut getroffen hat ihn voll aufgeschreckt er dachte ich stehe da auf karom oder so also wie sieht mero aus der ist bei euch fütter und schreibt fucking ich habe kräber Hat der sich gerade selbst getötet oder was? Irgendwodurch ist der vor dir umgefallen, der Ene. Der Gegner weiß ich nicht. Vielleicht war der Ungenschütze da oder ein Fernkämpfer. Nein, bevor du mich getötet hast, der Ene. Knallkörper. Der Gegner. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, welchen du meinst. Wir waren hier zu zweit, glaube ich. Naja, den anderen wollte ich gerade platt machen. Irgendwann fällt der Tod um. Das hat mich jetzt so perplex gemacht, dass du mich mit dem Schlag töten konntest. Weil ich gerade ein richtig fettes Fragezeichen im Kopf hatte. Wie von dieser Seite jetzt oder was? Nein, wo kommen die bitte her? Also irgendwo wurde gekämpft. Loll, unser Whiskers ist im Raum drin als Bogenschütze, ne? Danke für die Info. Ja, mach dem ruhig tot. Das ist... Jetzt ist er gerade rausgerannt. Ich habe den letzten Kill gemacht. Ich habe jetzt 10 Punkte weniger. Na gut. 5 Punkte, ich habe zu Vorsprung. Ich habe es auf 10 verkürzt. Ja, du bist immer noch schlecht als ich. Ach, ein bisschen. Ey, ich bin nur 9 Mal gestorben. Du 16 Mal. Du hast noch 2 Kills mehr. Na gut, bis zur nächsten Runde. Und noch 4 Assists. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschau.